Wir spielen Schmelzen im Paradies mit Ernest. Wir haben Ambra Heilung und Rainer Unterstützung. Dazu noch Deande und Maki, also zwei, die auch richtig gut Schaden machen. Die Gegner haben keine Heilung. Ja, das ist natürlich gefährlich, die haben auch nur Schadensmachende. Bis auf Ernest, der macht ja nicht ganz so viel, aber... Okay, äh, ja mal gucken, vielleicht, wir haben ein bisschen mehr Unterstützung dabei, vielleicht können wir dagegen halten, mal gucken. So, ich geh einfach mal da mit, wo ich denk, dass, wo das gerade so aussah, als würden da mehr hingehen. So. Der macht schon mal Dinge. Auf der Karte sehe ich noch keinen. So. Oh, da ist die... Fiebig schon. Nein, Mist. Okay, aber wir sind noch beim Ei dabei. Äh, okay, aber jetzt... Da rein, bitte. Oh, der ist... Nur noch der gewesen. Hey! Jawoll! Oh, da hab ich sie... Ja, aber... Er hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Mist. Okay. Oh, da ist ein Benedikt. Okay. Oh, da ist ein Benedikt. Was wir hier noch machen können. Der Schaden, ja, ist wahrscheinlich... Hier gar nicht so doof. Oh, wir können hier oben draufstehen. Das ist ja auch fies. Da hab ich jetzt gar kein Ei gesetzt. Wahrscheinlich. Ist es einfach kaputt gegangen? Guck mal hier, zwei gegen einen Mann. Hä? Hä? Mist. Okay, sie geht weg. Ja, das ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Oh, was, der Pendels ist hier. Oder ist der... Ne, der ist da. Hier. Jawoll. Die stillen sich ja komisch an. Warum machen die denn so komische Dinge? Ups, das... Naja, schade. War vielleicht nicht ganz so gut, das so zu tun. So, noch... noch mehr, noch mehr. Zack, genau. Mist. So, diesmal hat er ordentlich kassiert und jetzt rennt er weg. Das schafft er nicht. Das schafft er doch. Naja, schade, ja. Dies hat er anscheinend doch noch geschafft. Oh, was? Der ist, ja. Er ist, wir sind beide in die gleiche Richtung geflogen. Das war nicht so gut. Da ist auch noch Pendels, aber... Oh, 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 oh. Er ist fast tot. Rentiert hier oben weg? Keiner weiß, was mit dir hin ist. Warte mal. Er ist jetzt schon wieder Pendels da. Ja. Gib mir mal noch ein Schild hier. Schild, über Schild. Nee, krieg ich nicht. Hm, schade. Okay, ich weiß noch nicht, was... Oh. Wegen dem Ei bestimmt. Ich weiß noch nicht, was hier gerade geschieht. Aber wir führen extrem. Und das, obwohl die Gegner eigentlich... ...ziemlich gute Leute dabei haben. Oh, Mistliche! So. Na, ich weiß es noch nicht. Aber wir halten die... ...ziemlich gut auf. So. Wer ist... Ist die hier vor... Ey, die ist oben wahrscheinlich. Direkte Treffer lösen was aus. Schadensreduktionsbonus gegen Wirkungsbereich schaden. Äh. Ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht doch gut wäre. Ich müsste das eigentlich auch machen. Sonst habe ich schlechte Chancen gegen den. Oh, nee. Doch nicht. Jawoll. Oh, oh. Wer ist es? Jetzt mal sind wir in unterschiedliche Richtung geflogen. Oh, Mann. Äh. Ja, ja. Guck mal mich an. Ich noch nachladen. Oh, hier stehe ich auch ganz gut. Sehen die mich nicht unbedingt auch. Wenn die vom Berg da runter kommen... Da ist Ernest wieder. Hallo. Kennen wir uns bereits. Ups. Na, gar nichts getroffen. Ah, ich muss... So. Das ist ja richtig gut mit dem Wegstoßen, wenn man gegen Nahkämpfer macht. Das hätte ich noch nie benutzt, ne? Aber das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Noch letzte Worte. Ah, stimmt das von der Handel? Huch. Habe ich auch nicht getroffen bei dem. So, warte mal ab. Nein, jetzt kriege ich nicht mehr, ne? Wer ist denn jetzt... Ach, jetzt macht er mich so fertig. Nein! Das, wo ich jetzt versuche, wegzurennen, ey. Ah. Wie dumm. Okay, ich wollte gerade bemerken, dass die Gegner extrem aufgeholt haben, aber als ich das das erste Mal bemerkt habe, dass wir so führen, hatten wir 100 Punkte Vorsprung und jetzt haben wir 110 Punkte. Fast. Also... Das ist jetzt nicht... Äh... Er ist eigentlich gar nicht schlechter geworden. Na, jetzt kommen die mit einem Riesenschern landen. Das ist nicht so gut. Naja, das Benedikt oben... Äh, ist jetzt der schon wieder da? Das hat er ja... Wird... Naja, von hinten auch noch, ja klar. So schnell kann es gehen, ne? Jetzt sind die auf... Was sind denn das? Zehn Punkte ungefähr ran, ne? Und die haben das hier schon alles freigeschaltet, ey. Zack. Ihr wisst, das hat... Den Pendels gar nicht weggehauen. Ich war hinter dem, das war ja gut. Warte mal. Hehehehe. Hey, genau. Richtig gewartet. So. Stell dich mal bitte da rein, ey. So. Was ist mit euch los? Hahaha. Okay. Sieht so aus, das würde ich gerade richtig loslegen. Was machen wir mal? Weg zum Gegner-Altar. Der Feind hat einen Riesenscherben abgesetzt. Zerstören Sie. So. Oh oh. Das schaff... Schaff ich nicht mehr, ne? Ne. So, ich hab vergessen zu reden, weil ich so angespannt bin. Die Gegner haben es geschafft, äh, hier in Führung zu gehen. Und zwar richtig krass. Es ist nicht gut. Ja. Jetzt schaffen mich sogar die Bots, ey. Weißt du nicht, was da passiert ist? Ist einer von uns raus? Nee. Vielleicht mal gucken, ob einer rumsteht. Ey, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Wir haben am Anfang so krass geführt. Und jetzt... Jetzt passieren hier so ein Ding. Einmal hier. So, vielleicht können wir den gleich nochmal kaputt machen. Er geht immer noch nicht kaputt. Was? Okay, ja. So, wenigstens... Das hat noch geklappt. Wir werden nochmal machen. Enthüllt Feinde, das... Naja, das brauchen wir nicht unbedingt. Das ist eigentlich ja nur Pendels. Ne, ich will jetzt keinen Bauern. Ich will das... Ding anziehen, was ich anziehen kann. So, was ist der denn gerade hingeflogen? Weiß man nicht. Das Benedikt, das ist auch nicht... Boah, ey, was ist denn los? Boah, ey, ich dachte, wir hätten so gut gespielt, dass wir gegen die so krass bestehen konnten. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ist es, weil wir alle auf einer Seite waren und... das jetzt so verkackt haben deswegen? Na, nützt ja jetzt nichts mehr. Die haben die sogar hier kaputt gemacht. Achso, ach, das war jetzt. Wegen Finale. Ja, Level 4, was soll man da machen? Was ist noch hier das Bauern? Ich weiß nicht, ob wir den kaputt kriegen können. Eher nicht, aber... Können wir natürlich versuchen. Ich kann nur noch ein paar Kills einfach machen. Warte mal, hier... Ah, kann sie... Bitte wenigstens ein Assist für mich rausholen. Ja, danke. Na, ich glaube nicht, dass es... Da ist er schon. Da müssen... Ne, ich glaube, auf die muss man sofort drauf, wenn die rauskommen. Sonst bringt es nichts. Ja, der ist schon drin. Schade, das sah so gut aus am Anfang. Oh, verlorenes Paradies. Aha. Na gut, äh... Ja. Das war ja... Nicht ganz so erquicken. Doppelkill? Oh. Okay. Ah, hier, Spieler, 100 Schmelzespieler. Haben wir getan. Tatsache. So, erziele Doppelkills. Ja, da war auch ein paar. Doppelkills habe ich fünf. Die waren gut, ne? Wir waren... Wir waren gut. Nur der nicht. Leider. Ja. Ah. Auch krass. Okay, der war nicht so gut. Ja. Der auch nicht. Aber... Ja. Oh. So, dann haben wir jetzt Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Mal bei Battleborn. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal bei Battleborn.